Das Gesetz zum Solarpaket 1 wurde im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und tritt damit in Kraft. Die neuen Bestimmungen sollen den Ausbau der Photovoltaik in Deutschland beschleunigen. Vereinfachungen und Änderungen gibt es unter anderem beim sogenannten Mieterstrom und bei Balkonkraftwerken. Mit dem Solarpaket 1 können Balkonkraftwerke ohne Anmeldung beim örtlichen Netzbetreiber in Betrieb genommen werden. Lediglich eine Registrierung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur bleibt Pflicht, dies ist aber leicht online möglich. Beim Mieterstrom soll das Gesetz die Hürden für eine gemeinschaftliche Gebäudeversorgung senken. Bislang wurden PV-Anlagenbetreiber zum Energieversorger, wenn sie im Haus Solarstrom an Mieter weitergeben wollten. Durch die neuen Vorgaben entfällt einiges an Bürokratie und Kosten, etwa für Messtechnik. Amazon plant bereits seit einiger Zeit eine souveräne Eurocloud, genannt AWS European Sovereign Cloud. Sie soll unabhängig vom Rest des Unternehmens in Europa liegen und nur von hiesigem Personal betreut werden. Jetzt haben Amazons Web Services ihre konkrete Planung vorgestellt. AWS hat angekündigt, bis zum Jahr 2040 rund 7,8 Milliarden Euro in die deutsche Region der souveränen Eurocloud zu stecken. Diese soll in Brandenburg liegen. Das Unternehmen betont, dass es um langfristige Bestrebungen gehe. Die tödlichen Flugzeugabstürze zweier Maschinen des Typs Boeing 737 MAX im Oktober 2018 und im März 2019 haben ein weiteres Nachspiel. Das US-Justizministerium wirft dem Flugzeugbauer Boeing vor, gegen Auflagen verstoßen zu haben. Boeing habe es demnach versäumt, ein Compliance- und Ethikprogramm zu entwickeln, einzuführen und umzusetzen, um so Verstöße gegen US-Betrugsgesetze zu verhindern oder aufzudecken. Unterdessen berichtet Boeing selbst von sogenannten Quality Standdowns. Das heißt, seit Januar haben die Mitarbeiter an gut 20 Standorten einen Tag lang die Produktion und Auslieferung unterbrochen, um sich auf erhöhte Sicherheits- und Qualitätsmaßnahmen zu konzentrieren. Amazon arbeitet an einer Tomb Raider-Serie für Prime Video. Das hat das Unternehmen im Rahmen seines Upfront-Events bekannt gegeben. Das Drehbuch soll Phoebe Waller-Bridge schreiben. Weitere Mitglieder des Casts oder des Produktionsteams sind aktuell noch nicht bekannt. Mit Tomb Raider will Amazon an den Erfolg seiner Fallout-Serie anknüpfen. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.